Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Zu sehen gibt So, halt Tue ich mir mal Markieren Ah, Nerv So Genau, ah, da oben Kann man hier echt schön rumsuchen Vielleicht finden wir den Ein oder Anderen Pilz noch Na Ah Natürlich kommen wir da nicht hoch Wäre auch zu schön gewesen Da oben Wie komme ich da hin Wie komme ich da hin So nicht Jetzt vielleicht von hier drüben irgendwo da hoch Ach, schau mal da Ich sollte diesen Überlebensinstinkt echt mal öfter nutzen Haben wir hier noch was Interessantes? Nein Dass ich von hier irgendwie da rein kann Halt, da war was Hase Ne, ich glaube von hier kann ich auch nicht rein Nein Muss ich mal einen anderen Weg suchen Irgendwie kommt man da hin Na klar kommt man da hin Aber wie? Von hier kommt man nicht durch, ne? Ne Schade Schade, schade, schade Halt Ah Pfeiler Ah So geht's lang Na Wieso hältst du dich nicht fest Ja Enttäuscht mich Jetzt Hoffentlich ist das wenigstens was richtig geil ist Deswegen Das da Und da müssen wir aus irgendeinem Grund hin Loll Darauf war ich eigentlich jetzt nicht vorbereitet Aber da ist auch noch ein Seil Irgendwie von Ja Und da geht's dann Rüber Irgendwie muss es da hingehen Ja Man sollte sich erstmal umgucken bevor man springt So Jetzt da rüber Da ist noch Bergungsgut was wir uns dann holen können Und von hier nach da unten Naja Man muss einfach mal gucken Das ist unglaublich So was haben wir denn da Ach Viel zu lange Der sieht ja geil aus Also wenn das ein Dolch ist Den kriegt man definitiv nicht mehr aus der Brust raus Krosser Shit Ey So da müssen wir hin Da will ich aber nicht hin Ich hab bestimmt da Da ist Oh ne Nur mal zurück Ich hab bestimmt hier irgendwo noch was übersehen Wow Lera Hier unten Bestimmt hab ich da noch was übersehen Ach halt Da oben war ja Bergungsgut Genau So So Nimm mit Noch wo was Nein Sieht nicht so aus Gut dann können wir jetzt erstmal Na Weiterziehen Ich will absolut kein Pilz irgendwie hier Hinter Lassen Äh Da war einfach mal so ein bisschen Blut Na komm Dankeschön Bergungsgut ein bisschen Sonst aber nichts Was Hü Dick mich Au Du Behe- Aaaaaah Alter Scheißwolf Och ne ey Na wenigstens hat er gespeichert Boah alter Das war ja jetzt übelst ätzend Das war ja mal richtig Hinterhältig Probieren wir es nochmal Vor allem wo kam dieser scheiß Wolf her Ne Die Tür ist zu Warum ist die zu Ah ok So die kommen jetzt da Ohne Scheiß Hast du Odi gesehen Na ich äh Ich will nicht drüber reden Im Ernst Bruder Was hast du gesehen Also was immer die sind Und was immer sie da oben tun Ist echt übende Scheiße Ich geh nicht mehr hin Doch man Als nächstes nehme ich die Granaten Dreckselende Kackidee Nerv Jetzt werde ich langsam hektisch Jetzt will ich es unbedingt schaffen Vor allem die haben so einen scheiß Hund dabei Ich schieße auch gleich Ich war mal mit einem Trupp im Kloster Oben liegen viele tote Soldaten Ohne Scheiß Hast du Odi gesehen Ich äh Ich will nicht drüber reden Im Ernst Bruder Was hast du gesehen Also was immer die sind Was immer sie da oben tun Ist echt übende Scheiße Ich geh nicht mehr hin Selbst wenn Vater Matthias ist mit viel Verdammt So Und jetzt Töten bringt irgendwie nichts Hm Hm Oh 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 Dreck Mist Alter Jetzt reicht's Jetzt 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 kommen die Granaten Jetzt gehen sie mir auf den Sack Jetzt gehen diese Spast mir so richtig auf den Sack Auf Lara Lauf Jetzt reicht's Jetzt kriegen die so dermaßen aufs Maul Was die am Ende keines mehr haben So Oh Scheiß Ich äh Ich will nicht drüber reden Im Ernst Bruder Was hast du gesehen Also Was hast du gesehen Also Also Was hast du gesehen Hinten Hinten Da ist der andere Da ist der andere So So Diese Höhlen teilweise gar nicht mehr lustig Sorry Ah 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 Ich verstehe Ja Bringt die um Wuhh Krass Na komm Boah Das war knapp Fähigkeitspunkt Yay So Nimm mit Nochmal mitnehmen Warum ist hier so viel Bergen Ist gut Das macht mir Angst So Aus Gut Mal sehen was uns da unten erwartet Aber das machen wir dann mal in der nächsten Folge In der Folge 33 Und dann sehen wir uns Ja In Folge 33 Auch wenn du jetzt gedacht hast Das Video ist komplett zu Ende Hast du dich geschnitten Ich wollte noch sagen Ich bin nicht nur auf YouTube vertreten Sondern auch auf Twitter und Facebook Auf Folle oder Gefällt mir klicken Je nachdem Der Link ist unten In der verkackten Videobeschreibung Direkt über meinem Freund Und ja Wenn du das gemacht hast Verpasst du absolut kein Video Und Ja Schop деся J counseling vorbei Oh 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 Vielen Dank.